Juhu, hu, hu, hui, die Isar Schiffer Privat Ich muss jetzt wirklich sofort los. Hast du meinen Futi? Da gehen wir her. Der Müll. Randvoll. Hättest du den nicht auslernen sollen? Und wie war die Performance im Bett gestern Abend? War die ambitioniert? Nein. Sie war gar nicht ambitioniert. Sie war auch nicht so, wie ich mir das vorstellte. Da habe ich schon ganz anderes erlebt. Und nach dem Duschen, das war das Allerschlimmste. Im ganzen Haus hast du deine Pfützen verteilt. Es tut mir sehr leid, aber ich habe heute kein Futi für dich. Juhu, hu, hu, hui, die Isar Schiffer. Ich schimp's privat.